Vom wohlstandsverwöhnten Rotzgörn blockierte Straßen Hand in Hand mit Extremisten, Schulter an Schulter mit Antikapitalisten und mit Kommunisten. Und jetzt versucht man uns hier in Deutschland zu erpressen. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, ich lasse mir nicht vorschreiben, wo und wann ich wohin fahre, was ich esse, wann und wo ich Urlaub mache und wie ich zu leben habe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und meine Wähler machen das auch nicht und 86 Prozent der Deutschen machen das laut einer Umfrage auch nicht.